Grüß dich zurück in der nächsten Episode von Final Fight Double Impact. Wir prügeln uns natürlich weiter durch, so charmant wie wir sind. So, Aufwand auf Stickel. Jetzt da. Oh, komm her. Alle miteinander. Au. Na, ihr kleinen Schweinchen. Au. Oh, Trattel. So geht's auch. Ich muss hier mal einen Platz verschaffen. Das muss schnell auch noch sein. Was ist, bist du hinten noch? Au. So, komm her. Und. So. Hinein in die Bar. Weg da. Oh. Au. Also die Drehung ist geil. Mit der kannst du so halbwegs befreien. So. Au. Du gröne Mies-Spochen, du Schirche. So. Sag mir. Der Elgato. Au. Au. Oh. Oh, das dürfte der Bruder sein. Na, das war die Tante. Ha. Ah. Schau. Du. Kleine. Das bist du hin. Da bist du hin. Wenn du dir mit beiden Armen nimmst, bist du hin. Au. Wenn ich ihn dicken weg habe, tue ich mir mit ihm einfacher. Aber so nicht, mein Freund. Komm her. Boah. Boah. Ups. Oh. Ja, so verschobst du am meisten Platz. Meistens halt. Suck mir. Ja. Puh. Boah, da muss irgendwann der Ist sein. Habe ich schon mal erklärt. Autsch. Boah, da muss es zu schnell sein. Da kommt keiner mehr. Sehr gut. Das freut mich natürlich. Ein Mann von Welt braucht natürlich Steak. So. Also wie gesagt, mit der Rundumdrehung verschaffst du so viel Platz. Oh, ey. Oh, ey, die kommen ja. Du, ey, die Gurken. Du. 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 Au. Sag einmal. Oh. Schau. Kruzifix. Au. 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 Chaos, wo das geile Auge hinschaut. Oh. Jetzt geht er da runter. Kruzifix. Danke. So. Ich tue es einmal speichern. Das Spiel wird wahrscheinlich nicht viel Episoden haben. Aber ist mir jetzt eigentlich einmal relativ wurscht. Au. 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 Terminator mal anders. Wer die letzte Szene aus Terminator 2 kein Torse im Stahlwerk fighten. Au. Au. Kruzifix. Klar. Und jetzt stellst du mir vor. Ich spiel es jetzt auch leicht. Ich muss euch offen und ehrlich gesagt gestehen. Jetzt stellst du mir vor. Du spielst es auch schwer. Da wirst du nie fertig. Au. Mann von Welt braucht auch ein Huhn. Nein. Ein Steak. Danke schön. Oh. Warte mal. Machen wir es so. Oh. Also den 2 wird es nicht gekommen gesehen. Sorry. Also speichern nur an Stellen, wo du keine Gegner hast, bitte. Jetzt ist sie einmal weg, aber wieso gerade sie nehmen? Amen. Komm Hja rie, dann rie. Wiem, dann rie. Okay, okay, okay. Ich meine Leute. Ich werde das. Ich bin der Fall. Da geht es jetzt so wie im Hasenstall. Danke. Ach ja. So. Oh. Der Aufzug des Todes. Ja, guck mal da. Au. Mädel, du gehst mir auf den Zeiger. Au. Also das ist halt mit seinen Groupies, wenn du das hast, gell. Die einen sind lästig wie Fliegenschiss und die anderen wie Kakerlaken. Oh. Da, Rumble für Arme. Oh. 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 Warum macht er so viel Schaden, Bastard? Oh. 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 Jetzt hast du gleich selber in die Luft gesprengt, der hat dir halt So, ich hatte gesagt, wir beenden das da heute wieder Ja, wie gesagt, da brauchst du nicht viele Episoden Und das ist für zwischendurch ein kleines Häppchen Also dann, danke fürs Zuschauen und Baba